Hi! Ok, für alle, die das jetzt nicht verstanden haben, das sind Wern, Haley und Ivory, zusammen theoretisch bekannt als der Uptown Monotones. Es ist ein Name, wo es wirklich Stilblüten gibt ohne Ende. Es gibt eine Sammlung von Plakaten, wo wirklich die unwirklichsten Kreationen drauf sind. Ab dem Moniton bis ab dem Mopeds. Der Bandname sorgt also oftmals für Verwirrung. Dafür ist ihr Musikstil hoffentlich umso klarer. Unsere Musikrichtung. Ein Thema, das schon lange... Die Frag beschäftigt uns für sehr lange. Man kann es nicht wirklich verbalisieren. Man muss es hören, man muss es sehen und man muss es vielleicht sogar ein paar Mal hören und sehen, weil eben eine Konzertlänge nicht ausreicht, um alles das reinzubringen, was wir machen und wofür wir stehen und was uns Spaß macht und was dann weiterhin hoffentlich auch dem Publikum Spaß macht. Na, wenigstens ist mal klar, dass ihr eine Band seid. Den meisten hier jedenfalls. Hallo. Seid ihr eine Band? Ja, wir heißen Abta Monatons, Gitarre, Beatbox und Gesang und wir machen ziemlich schräg lustige, wilde Sachen. Wir sind schon so neigierig. Ja, wir, ja. Das machen wir, oder? Ja. Geht schon. Okay. Okay. All right. Here we go. Magical moments don't occur just like that. But it happened and it hit me and I knew. This is it, this is it, this is it, this is it. So we went for a walk and we had a good talk. This time was rushing by. We were standing at the door and you said goodbye. But this is not what I want to hear. No, this is not what I want to hear. And you were so cold, stone cold. Cause you don't let me sleep by your side. I'm afraid of the night and it's not all right. If you leave me all by myself. Oh, I'll be crying, I keep trying. If you don't let me in tonight. I swear I'll be good boy. I sleep on the couch and I'll do anything if you don't lock me out. And I'll do anything if you don't lock me out tonight. Tonight, 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 tonight. Let me know what you said. Tonight, tonight, tonight. Tonight, tonight, tonight. 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 Musik Musik Okay, also Konzept gefällt mir, Chorsatz gefällt mir Mir gefällt auch, dass du dich nahezu unauffällig da eingliederst Also ich höre dich nicht wirklich raus Du bist nur da im Arraschmar Also mir hat's gefallen Gefällt mir Also ich finde So was hier ist genau Das was ihr macht ist genau so was Was hier her gehört Auf diese Bühne Das ist innovativ Das ist gut gemacht Da steckt ein Konzept dahinter Und die Performance an sich Und wie ihr den Song aufgebaut habt Da hat sich jemand den Kopf gemacht Und das Ganze ist handgemacht und gut Und darauf stehe ich immer Und sowas hat bei mir auf jeden Fall immer ein Plus verdient Hier gibt's ein Plus Ich gebe Ihnen dazu einfach ein Plus Super Super Magda Absolute Stimmungskanonen Absolute Stimmungskanonen Absolut Gratuliere Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank Ja!